Markus und Martinos! Markus und Martinos werden uns bei unserer Class helfen. Und ich freue mich mega, dass sie hier sind. Die beiden können kein Deutsch, deswegen werde ich für sie dolmetschen. Hello everybody! Hey! Hey alle! Ja gut, aber zuerst werden sie noch einen Song für uns singen. Also hier, Markus und Martinos für euch! Ja! 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 Been so good at forgetting you. Almost forgot I was working on forgetting you. Ja! Suddenly, it's like the world has been working against me. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaub, ich frag sie nachher nach einem Autogramm. Mich nervt sowas immer. Weil du ja schon so viele Autogramme gegeben hast. I didn't mean to do it. I didn't mean to do it, do it, do it, yeah. Danke. Dankeschön. Wir beide haben uns mit Markus und Martinos eine Aufgabe für euch überlegt. Yes, guys, we have a challenge for you guys. Genau, ihr sollt in Zweiergruppen einen Song schreiben und eine Performance dazu entwickeln. Yes, good luck to everybody. We know it's going to be so good, we're so excited. Genau, so ganz viel Spaß, so durch einfach so zwei zusammen. Ich würd echt voll gern mit Rocco den Song schreiben. Aber seit Finder ist, ist er irgendwie voll kungisch drauf. Also ich frag ihn bestimmt nicht, ob wir das zusammen machen. Jetzt ist er mal dran. Es wär voll cool, mit Greda in einem Team zu sein. Aber seitdem Finder ist, ist das voll strange. Ich finde, sie sollte mal jetzt einen Move machen. Ich frag sie bestimmt nicht. Greta? Ähm, Fynn, Fynn, ähm, wie wär's? Wir zwei zusammen einen Song schreiben? Ich möchte unbedingt mit dir sind. Die beiden können kein Deutsch, deswegen werde ich für sie dolmetschen. Hello everybody. Hey. Hey alle. Ja, gut, aber zuerst werden sie noch einen Song für uns singen. Also hier, Markus und Martinos für euch. Ich bin so good at forgetting you. Musik Baby, I already know you ain't gonna believe me, but believe me, yeah. I didn't mean to pocket you again. Ich glaub, ich frag sie nachher nach einem Autogramm. Also, mich nervt sowas immer. Weil du ja schon so viele Autogramme gegeben hast. I didn't mean to do it. I didn't mean to do it, do it, do it, do it, yeah. Danke. Dankeschön. Ja, wir beide haben uns mit Markus und Martinos eine Aufgabe für euch überlegt. Yes, guys, we have a challenge for you guys. Genau, ihr sollt in zweier Gruppen einen Song schreiben und eine Performance dazu entwickeln. Yes, good luck to everybody. We know it's gonna be so good. We're so excited. Genau, also ganz viel Spaß durch einfach so zwei zusammen.